Ah, Slowmine, Alter, komm schon, ich wollte den, ich wollte den alter Krieger, nein, ach nö, halt die Fresse. So, gut, also, also, es geht schon los, ja? Gut, na, jetzt nicht, natürlich jetzt, na, ich tue hier gerade jetzt nochmal eine Slot-Leiste runterlegen, also, weil ich habe jetzt Premium gesnackt, ja, liebe Leute, ich habe jetzt Premium wieder mal geholt. Es wäre nachher, wenn es sagt, hallo und herzlich willkommen, bla bla bla, halt die Fresse und voran zu spielen. Oha, ich möchte bitte mal einen fetten Dislike für Chris sehen, ja, fetten Dislike für Chris, wirklich, alle Disliken. Alle diesen Madness auf Deutschland eins Disliken, und schreibt es alle an, macht es im Postfach so richtig mit Disliken und, ah, schimpft es einfach nur. Ich möchte sehen, was ich die nächsten Tage schaffe. Mega Spaß. So, da, ich glaube, irgendeine Drohinformation fehlt noch bei mir, bei mir, blub, 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 blub. Irgendwas fehlt da, Leute, helft es mal auf die Sprünge, da fehlt eine Drohinformation. Grape, Falter. Alter Falter, gell? Ach, der Kaufhauskopf. Alter Falter. La-di-da. Okay, wir sollten doch nicht buffen. Es ist ein bisschen zu laut für die Aufnahme. Gut, ich bin fertig. Space Police und ich muss 4-5... Ist es Space Police? Ja, Space Police. Und ich muss jetzt 4-5, weil ich brauche noch 17 Goolett-Abschüsse. Mir fehlen nur noch 410 Millionen EP auf Level 24. Nimmst du schon auf? Nein, Chris, ich rede nur umsonst so viel. Ah, okay. Ah, okay. Er hat noch einen Start. Ja, Chili ist auch am Start. Ja, ja, die coole von nebenan. Und, oh, cool, meine Erzahlungsbestätigung. Er ist gerade aufs Handy erschienen. Nee, kurze Ankündigung. Gamescom 2015. Ich erscheine nur Samstag, bitte. Also steht mal lieber da. Schlange, ja, nicht Freitag, Sonntag. Ich kann nur irgendwie samstags. Außerdem ist Samstag irgendwie der beste Tag, was ich gehört habe. Andere alle langweilig. Und außerdem, was braucht man denn mehr, Herr? Ich brauche mir da nicht jedes Spiel angucken. Das guckt man sich einfach mal so nebenbei, irgendwann mal zu Hause im Internet an. Nö, nö, nö. Ich stelle mich da sicher nicht 5 Stunden in die Schlange und spiele dann das Spiel kurz eine Runde lang. Und vielleicht stößt dann noch während ich spiele auf das Spiel auch noch ab. Und dann so, Nächster, bitte machen Sie Platz für Leute, die noch nicht gespielt haben. Und sie müssen weg. Das ist weg. Und sie müssen weg. Bitte machen Sie Platz für Kunden, die in die Schlange haben. Ich möchte, ich möchte. Wie viel kostet denn hier das Spielen? Ja, 30 Euro. Okay, hier bitteschön. Ach, endlich nach 4 Stunden Schlange stillen. Endlich nach 4 Stunden Schlange stillen. Endlich mal spielen können. Und ja, so, dann, so. Und das Geld ist weg. Bitte machen Sie Platz für Leute, das ist das Geld. Ja, wirklich. So, das ist das Internet-Geld, was du dort hinzahlen musst. Ah, ich habe jetzt diesen Devol-Postle-Uber-Lotakium geschossen da. Ah, Uber. Uber Devolarium, damit ich Prom für meinen Laser-Speed habe. Weil ich bin so langsam. Wir sind noch immer mit Pusat unterwegs. Ja, red. Ob ich AWP-Azimob bin? Ja, bist du auch. Du hext so viel, habe ich gehört. Willst du gerade CSGO oder was? Nein, der schreibt mich aufs Team und meint so, äh, A-U-A-W-P. Was? Was ist denn das für ein Russe, Alter? Kann der kein Deutsch oder was? Ah, A-U-A-W-P. Was macht der Chris? Erzähl mal was. Ich sitze im Schlauchboot. Ja, und? Trau dich weiterreden. Und hol mir einen runter. Na, geht doch. Na, geht doch. Ach, ich muss mich da. Ah, ey, nein. Da hat der Schlauchboot geduldet. Ach, äh. Wir hatten gerade wohin so ein Mega-Lach-Flash. Wohin schon mal? Den brauchen wir jetzt nicht noch mal. Ach, das Blitzfest, was de? Das Blitzfest. Ne, das hat... Wir haben dann so später geredet. Ja, er fährt vorn durchs Rad, aber uns blitzt. Und dann sind einfach so drei Vollidioten so einfach im Blitzbild drin. Und... Schauen einfach mal dämlich. So ein Blitzfoto. Mann, der Chris... Der Chris fährt immer mit dem Stinkefinger durch die Gegend, weil er irgendwann mal, wenn er geblitzt wird, ein cooles Blitzfoto hat. Ich glaube, ich muss das geil-herios-laufen. Stell dir das vor, du sitzt als Polizist, und, ähm... Im Quartier und guckst er dann diese Blitzbilder an. Da wammelt er auch, dass er eine von dir mit dem Mittelfinger hat. Einfach so am Bildschirm, weißt? Da musste ich auch voll verarscht vorkommen. Er gleich dann so, puh, das gibt extra Strafe. Alter. Ach, ja. Mann, 4-5 ist kein Gegner. Was'n da los? Was'n da los herrscht? Alter, heute war's so heiß, ich bin fast gestorben. 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 Ich bin dann so zum Lebensmittelgeschäft gefahren. Und hast du was? Und dann hab ich mir einfach mal so zwei Schnitten geholt. Einfach mal so... Komm auf meine Let's Play Österreich. Die hab ich einfach mal dann so zusammenquischen. Zwei Schnitten. Ja, Party Hard sag ich mal, ne? Party Hard. Ich bin da für vier, ich bin da für vier, wuuuh. Wuuuh. Und ich bin weg. Und ich bin weg. Ja, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Kein Stress. Schrei mich nicht an. Läuft bei dir. Der beeil dich, du wolltest nicht mehr geschlossen werden. Oha, da oben. Da oben sind Kopfgelkücher. voll langweilig heute alles ja hier ja ich brauche noch wohl jetzt genau endlich kann dann noch die quest hier fertig werden ich brauche noch und 20 chile das ist pushing warum jeder dass ich push die leute wollen dass ich gesperrt werde die leute wollen dass das ich einfach mal gesperrt wird ganz ehrlich ist so na mach mal kommt mach mir bushing dann ist vielleicht morgen da kommt auch weg wie oft ich dass ich den leuten sagt pushing und botten ist verboten doch alle lieben leute lernen nicht aus fehlern aufzusteigen also ich fand jetzt im ernst netz im ernst ja er ist kommt sie noch mal was weiter sing hey pp langstrumpf dass ich nö 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 net im let's play da war es hier schon wieder fahrzeug nein ich werde abschaffen oh toll von skyline wo 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 ich kriege gerade meine ganzen golet abschüsse wie geil soll ich aber sagen dass keiner heißt obwohl ich muss ja nur obwohl ich muss ja nur feindliche spiele abschießen dann war es das eigentlich schon das gute sie bin gerade mit dem pusher design unterwegs das heißt aber ich sind noch andere mit pusher design unterwegs oh mein gott was geht hier auf mich alles los läuft bei dir was laut warte mal warte mal ich muss mich da läuft bei dir ah slow mine alter komm schon ich wollte den ich wollte den alter krieger nein ach nö halt die fresse boah was da fetter batzner mit dran ist das sind ja mindestens vier millionen spieler auf welcher map bist du ja 45 die sherry sherry lady hat mich klar vor zwei minuten vor zwei minuten regte es und auf es ist nichts los komm kannst du gruppe annehmen kannst du gruppe annehmen chris ich rappe mich da war ich brauche noch 23 komm die 23 spiele die quest mache ich jetzt fertig mal 4 4 bis dort bei spaceball nicht bei 4 5 ja habe ich ja gesagt ja sie 5 gesagt nimm doch mal den pusher aus den ohren kann ja noch mal bis 15 hauptsache tausend spieler da bis jetzt wieder wir müssen dazu zu weit dass ich es wahnsinn vor allem dlg geht noch wieder so aus dem sack geht nicht da schieße ich nicht drauf wer schießt auf dich ja alle ganze firma schießt auf mich gesto tss aber hf ist brav ja das ist eine gleiche firma du einkopf ich brauche noch 23 ähm gullis hier auf der map nein nicht nur gullis ich brauche 23 feindliche spieler auf der map das kriegst locker das spaceball dann muss ich müssen wir das müssen wir schaffen nimm dir immer einfach einen raus mit insta schild mach eh ein petan und flieg weg nimm dir gerne einen noob raus wenn du die quest fertig kriegst ja puh schaff das mal wenn wenn ungefähr wirklich sauviel auf dich gehen wir kennen das von global europa das 70 leute spaceball spiel du magst kaum ins geht und kriegst 10 abschüsse schau mal schau mal das 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 wie soll denn das gehen schau mal was da das ist ja unglaublich das lohnt mich alle dass ich den nicht einmal krieg das lohnt mich alle den krieg ich nicht mal den so nun kriege ich nicht mal runter ich kann da nicht alleine entweder muss ich auf kolium bauen oder es gibt alter ja buff kolium die weghalte da nix aus das ist ja mit vor allem 2 sekunden weg alter muss ich oder naja naja sieht das blöd bist du alter wie viel das sind ja so viele spieler heute unterwegs ja dann mach die quest man ja mach ich buff kolium ja mach ich gleich mach ich noch kurz die folge fertig und dann machst du gleich die nächste weil wenn viel los ist ja die quest die muss fertig werden unglaublich aber das ist ja boah abnormal ab es ist ja bis 22 Uhr spaceball aha aber meine mama gesagt ich muss eine Mag ihn ins Bett. Luding, Luding, Luding? Wirklich? Ja. Brrrrr. Aber ich teste dich eine gute Nachgeschichte vor. Ich glaube, ich liegt das Pulsat. Das soll ich sagen... Außerdem mach ich ja mehr Schaden, weißt du? Wenn... Ich würde mich... Na, ich mach jetzt nicht Full-Speed-Komponenziell. Du machst nicht mehr Schaden, Mann. Woher sich hab... Auf den einen Laser merkst du nicht mal. Doch, der Kitzel ist ja... Das ist der Kitzel, Mann. Mach mal den Unterschied halt, dazwischen... Nimm mal Venk i tschau, was sieben Prozent mehr bringt... ...und an den Pulsat. Mit Venk i tschau machst du mehr. Ja, da spricht der Korbett Profi. 15 Jahre Erfahrung. Du musst zeig das Spiel, Alter. Wie dir, Alter. Was los? Was los? Ich zähl' grad für euch auf das Spiel, aber... Warum lass' dich nicht abschießen? Du wusst' ja, was man's gezeigt hat, hey. Und oha, wie dieser Pommelschrank, der fliegt zu mir vorbei, hat mich einfach geklickt. Nein, ich werd' abgeschossen! Ahhhh... Jetzt, meine Frau, wo bist du einmal, wenn man dich braucht? In Österreich! Ich kämpf, ich kämpf jetzt gegen Bommelschranke, ich werd' ihm jetzt die Lektion erteilen. Soll' ihn anstupsen auf TS, dass er nicht fighten kann? Ja, stups' ihn an, bitte! Stups' ihn an, bitte, komm! Warte, bist du grad im Fight? Ja, ja, er flüchtet grad, weil er verliert. Nein, ich verliere grad, ich verliere grad Scheiße. Ah, fuck, fuck, das geht sich aus, nein! Boah, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp! Er kriegt ihn nicht. Er ist nicht mal auf TS, Mann. Nein! Wow! Nein! Er war fast geplatzt, Alter! Aber, was ist das für ein... Ah, der kann überhaupt nix! Ich kenn... Warf Goldi unter eier Kopf? Ja, okay, gut! War kein Cut? Und schneid's zusammen? Na, ich hab' noch... Doch! In zwei Minuten ist die Folge sowieso schon lang genug. Wie viel sah man jetzt schon? Ja, fast 15 Minuten. Live bei dir! Auch immer noch ein bissl! Alter, so schnell vergeht die Zeit! Ja, überhaupt! Das war's nicht! Na, was ich... Ich könnte ja... Was ich machen könnte, ist ein Livestream-Kerk, hm? Das wär was, das wär was nicht! Das kommt aus demnächst, liebe Leute! Livestreams, die kommen demnächst! Ich hab' schon alles eingerichtet! Guckt auf mein Twitch-Kanal! Und Ankündigung kommt wahrscheinlich nach demnächst, aber da... Reicht das Internet jetzt dazu aus, dass du den Livestream machst oder nicht? Sicher, Chris! Sicher! So! Ich spring' dann immer nach und schieß' die ab! Oha! Ich mach' deinen ganzen Livestream zunichte! Oha! Nee, Spaß! Oha! Du musst eine Verzögerung reinmachen, vor zwei Minuten oder so! Oha! Drei Minuten? Die Verzögerung ist aber automatisch beim Livestream! Ja, weil du 5-Sekunden-Standard oder so, das kannst du ja verstellen! Na, bei mir ist das eh irgendwie auf so gleich ein paar... Das geht dann schon! Ich bin da schon ein bisschen, ja, vorbereitet! Nicht, dass mich die Leute hier während dem Livestream-Verfolger abknallen! Diese Probleme kenn' ich schon! Du brauchst das gar nicht versuchen! Uberulabers! Boah, was da wieder für... Videos! Was da für... Leute sind ja... Wie stark die alle sind! Unglaublich! Woo! Okay, gut, passt! Oh, ein Abschuss wieder drin! Ein Abschuss hab' ich wiederbekommen! Mein 4-5-Deal! Läuft für dir! Fählen noch 21! Die Quest wird fertig! Naja, ich möchte mal einen aufheben, weil... Ich möchte noch EP-Booster vorher holen, bevor ich die Quest hole, weil das sind 27 Millionen! EP und... EP-Booster sind das gleich mal über 50! Oha! Bist du wahnsinnig sorry! Das war jetzt zu laut! Ja, was machst du schon wieder? Bist du verrückt? Alter! Bist du fertig, Mann! Da sind die da ka... Da sind ja quasi... Alter! Alter Schwede, Mann! Ich muss nachher ein Video zeigen! Ja, kannst du mir, weil ich such mir da grad ein paar schwache Gegner... The fuck! Aber ich find... Alter! Gebt euch das Video hin! Warte! Wow! Das war grad! Das war grad! EMP-Tahn! EMP-Tahn! Wow! Das war grad gut! Ich hab grad... Ah! Ich hätte die Boxen ja auch gleich einsammeln können! Nein! Nein! Ah! Fuck! Das ist ein blauer! Ah! 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 Jägerita! Was ist los mit dir? Verschwingt! Ah! Ich hab jetzt aber zwei Abschüsse bekommen! So! Jetzt bin ich wieder ein bisschen... Green! jetzt funktioniert das was du meinst jetzt funktioniert was ja mit reinfliegen minen legen und kam mir und sowas jetzt funktioniert ja voll da war jetzt verfolgt wieder so ein fetter fanboy hoffen drecksackblasen drecksackblasen der maler der verfolgte er soll ich ihn gehen ich warte stubsen an die stubs noch was ich ihn also nehmen warte nach schützen das ist jetzt elf der gäste dann geht die erfahrt nicht das weg von mir hat mich in ruhe aber ich fahrt mich jetzt hier wieder mit irgendeinem flach und dann habe ich jetzt auch für welche keine ahnung ist schon geplatzt ich fahrt mich jetzt noch in der schnellen moment ja okay jetzt bin ich tot war irgendwann ich habe nicht mehr so für die beiden irgendwann 5.000 leute schon noch nicht drauf geschossen bin ich mal hin so gut ich habe erstens keine shield backups mehr aber wenigstens noch 15 gefächt und wir sind dann gleich anschließend wieder mit dem goliath design und wieder mit der kohle eigentlich haut rein bis gleich